Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat Wladimir Putin zu dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Russland gratuliert. Damit grenzt sich Orban abermals von der Europäischen Union ab. Orban habe Putin gratuliert und die Beibehaltung eines Dialogs auch in einem schwierigen geopolitischen Umfeld begrüßt, schreibt ein Sprecher der ungarischen Regierung auf Ex. Kurz zuvor hatte die russische Wahlkommission Putins Wiederwahl mit mehr als 87 Prozent der Stimmen offiziell bestätigt. In einem an Putin adressierten Schreiben erklärt Orban seine Absicht, die bilaterale Zusammenarbeit dort, wo es möglich ist, zu verstärken. Weiter spricht er von gegenseitigem Respekt zwischen den beiden Ländern. Anders als Ungarn hatten die anderen EU-Mitgliedstaaten die Wahl in Russland als Scheindemokratie angeprangert und auf eine Gratulation zum Wahlsieg verzichtet. Orban steht seit langem in der Kritik, weil er auch nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiterhin Kontakt zu Putin hält.